Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Es wird Zeit für einen kleinen Rechentrick. Passt auf. 97 mal 98. Hier sind es 3 bis zu 100 und hier sind es 2 bis zu 100 und zusammen sind das 5 und von der 5 bis zu 100 sind 95 und 3 mal 2 sind 6. Aufgabe fertig. Zu schnell? Nochmal. 96 mal 97. Das hier sind 4 bis zu 100. Das sind 3 bis zu 100. Zusammen sind das 7 und von der 7 bis zu 100 sind 93 und 4 mal 3 sind 12. Ist das cool oder ist das cool? Und mehr davon gibt es bei Lehrer Schmidt.